also essen ist auf jeden fall da wenn jetzt einer hunger hat kann er sich bedienen das ist ja schon mal was ich glaube ulrich hat einfach nur keinen bock drauf jetzt gerade zu arbeiten weil halt die ist ja schon ein bisschen anstrengend auch aber jetzt kocht er wenigstens für sich selber das ist doch das doch mal eine solide solide idee dass die hat immer nur ein pilz dahin legen was wenn der sich einfach komplett von oben bis und voller aber laden würde und alle pilze rausschmeißen würde dann können die halt in einer schule selber kochen so muss der jedes mal runter ständig werde ich bei meiner arbeit unterbrochen zum beispiel jetzt warum rede ich eigentlich mit dir großartig genau pimp das ist das ist tatsächlich schade dass es keinen kein wiggles 2 gegeben hat habe das spiel damals so gefeiert als das rauskam und dass da kein zweiten teil von gegeben hat oder irgendwann mal im laufe der jahre eine neuauflage in dem setting und mit dem genre quasi so das nächste was mir jetzt noch einfällt was in die richtung geht ist oxygen vielleicht noch ja aber auch nur noch am rande das finde ich einfach schade alter schwede okay freunde wir brauchen wir brauchen mehr barraum ja da muss eine bar her holy moly haben wir können wir irgendwo die bar unterbringen noch vielleicht jetzt lass mal schnell schauen ob wir irgendwo einen raum irgendwo einen raum finden der den wir vielleicht umfunktionieren um nutzen könnten hier den da vielleicht da könnte man doch eine bar reinbekommen oder wenn wir ein 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 eine pilzucht anlage hier weg bauen warte mal kurz dann lass uns die pilz anlage die pilz zucht hier mal ein bisschen einarbeiten und dann kommt ihr halt woanders hin dann tun wir die halt vielleicht noch irgendwo reinpacken wo noch platz ist ja und hier zum beispiel oder so also das können wir auch machen und dann könnten wir die bar da rein bauen oder aber machen es anders wir machen nee wir machen die zwei weg wir machen das anders wir machen die zwei auf der einen seite hier weg das packen wir nicht zusammen das bleibt so kann ich das nicht abbrechen ja doch geht die zwei pilz zucht anlagen packen wir weg die bauen wir dann hier rüben rein da ist ja eh platz gerade noch ohne ende und dann machen wir das so äh draft fortress habe ich auch oft schon gespielt gehabt pimp aber das ist halt geht mir dann tatsächlich noch ein bisschen in der andere richtung ich finde ja dieses schöne gemütliche dahin gewusel finde ich ja schön so lassen wir die jungs und mädels das hier mal zusammen klamüsern hier oben essen ist jetzt vorrätig das ist gut sollte die stimmung dann auch bei bei gelegenheit steigern bitte baut mir mal noch eine feuerstelle gerade auf dann stellen wir hier noch mal eine her wo wir nur on demand hamster verkochen okay die zerlegen hier schön so okay wenn das dann weg ist bauen wir hier dann unsere unsere kleine trink lokalität auf rafael grüß dich hi und jankon moinzen habe ich das nicht jankon habe ich dich vorhin schon begrüßt nee oder wenn nein tut es mir sehr leid es ist jetzt gleich weg und dann legen wir die einfach dann in den raum da hinten rein das sollte ja auch passen dann kommt dann hier eben die bar noch unter jetzt nicht das geht nicht weil da noch die pilze rumeiern so nehmen wir das noch mal mit was macht die was macht die kunst wie ist die lage wir wollen bier ist in arbeit hoffentlich falschen umge umgesetzt so ok dann holen wir mal schnell unsere unsere schöne trink lokalität ja ich hoffe das wird jetzt es wird jetzt quasi eine etage tiefer wird das bier hergestellt und kann dann hier direkt hoch gebracht werden wobei wir auch viel eingelagert haben hier haben wir glaube ich schon die ersten beiden die machen und bringen jetzt schon mal hier den den ganzen den ganzen farm gedöns weg da gucken wir mal hier oben sind ein paar zwerglein die sind schon am start essen ist gerade ein bisschen geht so ja wie gesagt auch da wieder das ding wir haben hier schon relativ viel transportaufträge wieder am laufen und da merkst du einfach dafür reicht es mit unseren wiggles gerade nicht aus hier oben ist carmelia und carmelia ist mit niemanden momentan liiert oder partner doch nikola ist partner jawohl das hat geklappt haben wir irgendjemanden noch der also schwanger ist vielleicht nope nein keiner keiner schwanger gerade ja das wird mit dem alkohol gleich besser mit der schwangerschaft das sind so sätze weißt du wenn du die sagst im ersten moment klingen die total plausibel und danach wenn du kurz drüber nachgedacht hast denkst du dir so hä oder so na das schaut doch nach einem soliden plan hier aus Zur Not weisen wir Bo zu, der darf jetzt demnächst die Bar beaufsichtigen. Ich glaube, das ist ein solider Plan. Ist das Ding jetzt fertig? Haben wir ewig drauf gewartet. Natürlich, Bier am Arsch! Nee, ich glaube, da muss niemand direkt arbeiten. Camellia transportiert, Barbetrieb, okay, sehr gut. So, die sind fertig, dann Pilze zuweisen hier hinten, damit wir auch immer schön Wachschub kriegen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier funktioniert. Essen klappt auf jeden Fall hier ganz gut. Hier ist Camellia. Schön, da oben ist auch schon wieder was weg. Ach, herrlich! Der gute alte Barbetrieb. Schön. Okay. Ah, hier haben wir wieder welche Hunger. Okay. Brauerei läuft auch von allein. Und hier unten wird jetzt dann aus den Lagerhäusern wird das Bier geholt und wird dann quasi in die Bar wird das mit reingebracht. Naja. Ich glaube, das klappt jetzt dann mit dem Barbetrieb. Wäre schon cool. Ja, mit jedem einzelnen Wiggle, den wir haben, geht das natürlich einen Ticken schneller alles. Einmal essen ist noch da. Okay. Welcher Wiggle hat denn jetzt hier Bier dabei, keiner weiß es? Okay. Da ist doch versteckt sich doch jemand gerade. Ah hier, Nadine sammelt auf. Okay. Macht Pilz at Farm. Okay. Die warten hier unten aber auch echt schon sehr lange auf den Aufzug. Ah, hier wird auch geliefert. Okay. Also es klappt tatsächlich schon ganz gut alles, aber es muss halt noch... Es wäre halt schön, wenn es noch ein bisschen... Ja, ein bisschen, weißt du? So ein bisschen besser. Ach, hier unten wird das Bier geholt. Zwei Bier am Start. Okay. Uff, okay. Alles klar. Ja gut, sollen sie mal machen. Hier läuft der Koch noch selber, das ist auch schön. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann auf unsere... auf unseren Nachwuchs auswirkt, wenn alle betrunken sind. Ich frage ja nur. Es wäre zumindest interessant. Da ist er, Karmeli ja. Theoretisch müssten dann alle die Bar stürmen, sobald da auch nur ein Tropfen ist. Also müsste permanent Nachschub ran. Barbetrieb ist am Laufen, Freunde. Nice. Und Galina transportiert die nächsten Geschichten hier ran. Das müsste ja jeder, der irgendwie Freizeit gerade hat, auf den Weg sich machen, oder? Vor allem die hier. Die ganzen Suffnudeln. Man sieht halt auch nicht... Wir wissen, dass hier zwei Bier stehen. Wir wissen halt auch nicht, wie viel dann tatsächlich drauf ist, ne? Auf der... In dem Lager von dem Teil. Das wäre tatsächlich mal sehr interessant rauszufinden. Aber noch scheinen sie es nicht zu nutzen. Vielleicht, wenn die nächste Geschichte hier ist. Wenn das quasi hier rum geht. Ab 12 dann in der nächsten Arbeitsschicht wäre mal so eine Frage. Macht Nahrung ein Lager, Nikolai. Okay. Ah, okay. Der holt das Zeug nur. Mhm. So, hier haben wir Galina mit... Uh, aber ordentlich Bier ist am Start. Oh, leckumio. Das war gut, was Galina da dabei hat. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, dann müsste doch hier langsam der Bär steppen. Damit meine ich nicht diesen Hamster. Flopas, moin, grüß dich, hi. Da kommt Galina mit dem überschwänglichen Bier. Jetzt bin ich gespannt, ob das... Wenn jetzt hier mega viel vorrätig ist und dann auch noch die Schichten wechseln, ob dann die Leute auch noch mal hier doppelt gehen. Genau. Hier wird jetzt massiv ausgeladen. Okay. Ich hab ja noch keinen gesehen, der freizeittechnisch hier runtergelaufen ist. Hey, die Ernährung ist auch noch nicht top. Top. So. Aber Galina transportiert die nächsten Geschichten. Ich falle noch runter, wenn sie betrunken sind. Äh, ja. Das ist die natürliche Ausles. Okay. Hm. Das kann man hier eigentlich noch machen gerade. Ähm. Öffne das Tor zur Unterwelt. Ähm. Die Tür zu öffnen. Die Trolle haben hier den Ring weggenommen und den kleinen Außenposten gebracht. Den Ring brauchen wir soweit sowieso für das Gläbnir. Äh. Also wir müssen den Außenposten und den Ring finden. Ja. Okay. Äh. Das mit dem Außenposten. Äh. Das hier war die, war die Festung der, der bösen, der bösen Purschen. Und wir sollen jetzt den Außenposten noch finden. Lass mich lügen. Ist das der Außenposten? Lass uns da mal hingraben. Vielleicht nicht so ganz so weit, aber einfach mal in die Richtung. Haui, natürlich. Die sind hier drin. Können eigentlich aufmachen mal. Dann können wir nämlich einen Grenzstein mal reinsetzen. Und dann gucken wir mal, ob da überhaupt noch jemand am Leben ist. Schauen wir mal. So, Barbetrieb. Keine da. Ich finde die irgendwie am coolsten. Ja, die sind doch mega cool. So, hier haben wir jetzt auch was. Dann können wir hier nämlich sagen, pass auf, Grillhamster herstellen. Grillhamster Transport läuft. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Ah, hier. Galina hat frei, komm. Gönn dir doch mal was an der Bar. Yes. Die trinken ja direkt aus dem Ausguss. Bin mir nicht so sicher, ob mir das gefällt. Aber jetzt scheinen die ersten wohl den Barbetrieb anzunehmen. Hier, guck mal. Soll die Stimmung doch heben. Da ist ja Selbstbedienung. Ja, leider. Die macht Sport vor der Bar. Ich werde verrückt. Hast du Bier? Ja. Da steht ja auch quasi, haben sie ja auch schon geliefert. Steht ja hier überall rum. Die Frage ist natürlich jetzt, vielleicht haben sie es noch nicht einfach in ihrem Ablauf eben. Es ist eine Sportbar. So, hier passiert was. Guck mal. Ne, hier wird nur geliefert, glaube ich. Noch mehr Bier. Die Bar läuft. Ist im Betrieb. Brotz auf dies. Batman, hi. Schauen wir mal. Hier läuft ja gerade was, oder? Ne. Hier wird noch mehr Bier geholt. Oder? Oder macht Kalina jetzt den Barbetrieb? Macht Barbetrieb. Yes. Okay, jetzt geht's los. Hier, guck mal. Jetzt ist aber notdringend hier alles gerade. Reicht mir jetzt. Babel. Du machst Barbetrieb. Go, go. Irgendeiner muss jetzt hier Barbetrieb machen. Yono. Saufen morgens, mittags, abends. Ich will saufen. Yono, grüß dich. Hi. Irgendeiner muss jetzt den Barbetrieb gerade machen. Und Babel ist die logische Wahl. Wenn wir jetzt noch Babel finden, wäre das gut. Da ist Babel. Babel ist auf dem Weg. Okay. Jetzt schauen wir mal. Schluss mit Selbstverdienung. Ja, da will ich auch streiken, du. Vor allem, wenn eh alles umsonst ist. So. Yono, mir geht's gut. Und dir? Was macht die Stimmung? Ja. Wo ist denn jetzt Babel eigentlich? Babel ist auch ein super Name für so einen Bartender. Weißt du? So ein Best-Bar-Buddy. Ja. Jetzt müsste ihnen doch eigentlich ganz cool gehen, dass die jetzt so langsam mal Kinder zeugen wollen, oder? Die müssen doch richtig, richtig gut drauf sein, um jetzt hier massig Kinder in die Welt zu setzen. Nee. Keine einzige, keine einzige Dame in unserem kleinen Zwergen-Imperium ist schwanger. Schule, sehr interaktiv. Das macht gar nichts. Aber ich freue mich umso mehr, Yono, dass du dann vorbeischaust. Das freut mich sehr. Wie gesagt, jeder, der vorbeiguckt, ist einfach für mich wahnsinnig wichtig, auf dem Weg zur Twitch-Partnerschaft. Eines Tages. Eines fernen Tages wird das soweit sein, Freunde. Ich weiß es genau. Ich spüre das. So, hier, Barbetrieb. Go, go. Trink. Und jetzt? Hier ist er auf jeden Fall, der Betrieb läuft. Und jetzt? Hier, mach doch mal Betrieb. Ja, guck mal. Trinkst du? Willst du noch auch eins? Mensch. Setz dich doch mal hin. Freie Platzwahl. Ja, genau. Ach, guck mal hier. Jetzt setzt er sich hin. Kriegt der jetzt was? Wird er bedient? Oder ist er schon betrunken? Man weiß es nicht. Jetzt aber, oder? Ah, ja. Ja. Hier wird gezapft. Und du? Da. Da. Guck dir das an. Ich werd bescheuert. Na, aber hallo. Ja, da sind sie, die alten Saufnasen. Ja? Jetzt, wo man die Bar geöffnet hat, da sind sie aber am Rennen, du. Lecko mio. Als gäbe es keinen Morgen mehr. Entschuldigen Sie, ich will suchen. Ich brauche einen Platz hier irgendwo. Oh. Wer trinkt da gerade? Die Stimmung muss dadurch natürlich durch die Decke gehen. Alter Schwede, hier im Stau an der Bar. Sind ja auch keiner geahnt. Und du? Muss ich jedes Mal die Mütze umziehen. Ja, damit er weiß, ah, da ist jetzt jemand angekommen. So, setzt euch, setzt euch. Ist alles toll. Ist alles frei. Also, einer an der Bar scheint wohl massiv überfordert zu sein. Das wirkt sich sicher positiv auf die Geburtenrate aus. Batman, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Vincenzo holt sich erstmal ein kühles Blondes, meine Lieben. Hier sitzt der Nächste. So. Ich kenne auch mein Bier. Ist auch gar aus eigener Brauerei, meine Lieben. So. Haben wir jetzt die Stühle langsam alle besetzt, damit er loslegen kann. Wir müssen, da muss man ein bisschen mehr durch. Der Durchsatz ist nicht da, Freunde. Ah, jetzt aber. Zack. Ich hoffe, jetzt bedient er die beiden Jungs hier. Da ist wieder ein bisschen mehr Platz. Ja, oh, macht er auch. Hier, bitteschön. Bier. Bier. Wo bleibt das bei mir, der Service? Ich warte auch. Ach so. Boah. Ja, wir haben kein Bier-Command tatsächlich. Theoretisch müsste er jetzt hier eigentlich... Ach so, ich wollte gerade sagen. Nicht, dass hier jetzt irgendjemand vergessen wird bei der Bargeschichte. Aber es ist auf jeden Fall... Der Betrieb läuft hier. Warten wir mal, bis das Bier wirkt, meine Lieben. Wen haben wir hier? Nadine. Nadine braucht auch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Stimmung. Und die ratschen hier nur vor der Bar. Das würde ich schon komplett unterbinden. So geht es ja nicht. Nein, bleib los sitzen. So. Vielleicht hier drüben noch eins. Oder bringt das jetzt wieder zurück? Ne, bringt das tatsächlich von einem zum nächsten Tisch weiter. Das ist ja sehr, sehr cool. Stimmung? 98%. Frisches Wigglesbräu. Sehr schön. Hier läuft noch ein Hamster rum. Müssen wir demnächst grillen. Wird hier eigentlich auch mal... Pavel macht Barbetrieb. Aber es bringt keiner mehr Nachschub ran, ne? Die wollen alle nur trinken. Jetzt ist das Spiel... Haben wir quasi durchgespielt. Weil alle betrunken sind, dann ist die Zwergenkolonie glücklich. Und welche Probleme bleiben dann übrig, ne? Malte trinkt doch schon wieder das nächste, oder? Wie viel Dissen das jetzt, was Malte sich reinzündet? Das geht ja zu wie ein Rimworld, meine Lieben. Malte steht echt auf Bier. Ich glaube, der will da gar nicht mehr weg, ne? Jetzt fährt er noch betrunken Hamster. Ey, Wahnsinn. Nur die Weiber umsaufen und quatschen. Meinst du Howie? Das glaube ich nicht. Jetzt hier. Guck mal. Zack. Jawoll. Jetzt wird hier getrunken. Jetzt können die bloß nicht mehr miteinander quatschen. Also die haben sich von Nadine quasi getrennt. Itha und Camelia. Die kriegen jetzt quasi eigens nochmal Anlieferung. Aber damit löst sich hier unser Stau am Getränkeautomaten auf. Das wird jetzt hoffentlich auch alles besser. Und ich hoffe, dann beliefert auch mal irgendwann einer wieder die Bar. Mal allzu viel Bier haben wir ja nämlich auch nicht mehr hier. Ja, immer weg. Immer weg, Echsen. Das ist eine gute Idee. Auf nüchternem Magen. Magen. Wunderschmängchen. Immer weg weg. Und dann, wenn Kinder hier mal wieder weg. Geh, wir nachgeheb er. Na ja, immer weg weg. Untertitelung des ZDF, 2020